Einen wunderschönen guten Tag, willkommen bei GameTime, willkommen beim Alkalito. Heute schauen wir uns an, wie wir im Streamlips OBS die Avermedia Extreme Cap UVC einrichten und grundlegend konfigurieren, um sie in Betrieb zu nehmen. Dazu schließen wir das Gerät erstmal an einen USB-C-Port an, respektive an einen HDMI-Port auf der anderen Seite. Die LED-Leiste, das zeige ich euch nochmal in dem Foto, sollte dann blau leuchten, das heißt Signal wird empfangen und der USB-C-Port sollte entweder einem aktiven Hub an eurem Rechner sein oder einem dedizierten Port. Passive Hubs haben dann vermutlich nicht mehr genug Strom, um die Karte entsprechend lauffähig zu machen, dann gibt es Freezes oder ganze Abstürze. Als erstes gehen wir im Streamlips OBS auf die Sources, wählen das Video Capture Device und hier sehen wir auch schon Capture Card Elgato, Avermedia, Blackmagic. Sagen Add Source. In meinem Fall habe ich sie schon hinzugefügt, das sieht man jetzt hier. In eurem Fall könnt ihr dann hier auf Add New Source instead, wenn sie als erstes hinzugefügt wird, also beziehungsweise das erste Mal, gebt dem Kind einen Namen. In meinem Fall wähle ich sie jetzt einfach aus, sage Add Source. Da bin ich riesengroß. Ich packe mich jetzt einfach mal hier unten rein und machen wir jetzt mal einen Doppelklick auf die Settings der Karte. Auswählen müsst ihr dann hier, bei mir war das auch beim ersten Einrichten schon vorausgewählt, die Avermedia Extreme Cape UVC. Geht auf Resolution Type, steht normalerweise auf Device Default. Dann sieht das so aus. Geht ihr auf Custom und dann könnt ihr eure Auflösung auswählen, die ihr da nutzen möchtet, beziehungsweise durchschleifen möchtet. Die FPS nutze ich eigentlich immer die Output FPS. Dann wird einfach das genutzt, was wir letztendlich am Output haben. Je nach Szenario kann es sich auch lohnen oder empfiehlt es sich die Highs FPS einfach zu nehmen. Da muss man aber mit rumspielen. In meinem Fall nutze ich eigentlich immer entsprechend Match Output. Und ja, das Videoverwahrt, in meinem Fall ist es MJPEG. Ich habe es auf Any stehen. Man könnte jetzt auch UE2 nehmen. Ich persönlich finde MJPEG von, ja, Maß aus Kompression und Bild eigentlich ganz gut. Man sieht jetzt hier auch den direkten Unterschied beim Colorspace, dass es halt ein bisschen natürlicher wirkt, sondern ein bisschen natürlicher ist, wenn wir auf dem UE2 sind, auf Any. Zack, da nimmt er sich entsprechend was. Colorspace, laufe ich Colorspace und Colorsrange, fahre ich selber immer auf 709 und Full. Je nachdem, was man für Filter nutzt und was man noch damit machen möchte, kann es sein, dass es interessant wird, wenn man nur ein Partial Colorsrange nimmt. Ich persönlich, und das sind meine persönlichen Einstellungen, laufe immer auf 709 Full. Da habe ich eigentlich das für mich schönste Ergebnis. Im Buffering lasse ich den Autodetect laufen. Da kann man auch noch rumspielen. In meinem Setup läuft am besten, wenn ich es einfach Autodetect laufen lasse. Ich habe das mit anderen Capture Cards schon mal gehabt, wenn man das Buffering dann anmacht oder ausmacht, je nachdem. Wenn man nicht genau weiß, was man da macht, dann sieht es halt einfach nicht gut aus oder es läuft nicht ordentlich. So ein Flip Vertically, ja, brauchen wir jetzt in diesem Fall nicht. Das wäre jetzt, wenn die Kamera beispielsweise auf dem Kopf steht, was auch immer, dann können wir das Bild dann hier schon direkt ohne große Filter schon direkt kippen. Und den Audio Output Mode, der interessiert mich jetzt ja überhaupt nicht. Das heißt, ich lasse es einfach im Capture Audio Only laufen und bin dann entsprechend fertig. Ich nehme die jetzt hier mal bei mir wieder raus. Ich zeige nochmal meine Settings, die ich jetzt hier im Produktivbetrieb nutze und das sind genau diese hier. Damit funktioniert das super. Allerdings habe ich ein paar Filter mit drin. Das heißt, ihr landet halt ohne Filter erstmal, ohne Chroma Key. Ich habe ein bisschen Color Correction drin. Ihr landet halt ohne Chroma Key dann hier und müsst das entsprechend noch anpassen. In diesem Fall haben wir hier den Greenscreen und dann kann man den Chroma Key entsprechend noch mit hinzufügen über den Filter. Das sind jetzt bei mir halt Werte, die für mich und meine Beleuchtung gut funktionieren. Da müsst ihr halt mit rumspielen. Ein bisschen in der Color Correction gemacht und dann nochmal zusätzlich ein Color Key. Ein bisschen Smoothness noch reinzubringen und ein Standard Sharp noch drin. Aber das hängt wirklich von der verwendeten Kamera etc. ab. Das hat nicht mehr so ewig viel mit der Capture Card itself zu tun. Und damit haben wir die Abermedia Extreme Cap UVC respektive die BU110 eingerichtet, in Betrieb genommen und sie kann jetzt entsprechend verwendet werden. Das heißt, da kann man auch noch mit rumspielen. Ich habe sie jetzt hier so ein bisschen an die Seite gestellt, weil ich nicht das ganze Bild brauche. Man kann sie auch abschneiden, indem man alt gedrückt hält und das zieht. Aber da hängt euch sicherlich entsprechend gut aus. Bei Fragen melden. Ich sage bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Einrichtungsvideo und schaut mal auf GameTime.net vorbei. Da gibt es entsprechend auch den Test zur Abermedia Extreme Cap unter 10. Bis zum nächsten Mal.